EuroCIS 2016 Scala Digital Signage Software Scala war einer der interessantesten und meistbesuchten Aussteller zur EuroCIS 2016 in Düsseldorf. Lassen Sie uns jetzt einen Blick auf den wunderschönen Scala-Messestand werfen. In den nächsten vier Minuten werden Sie völlig innovative Neuheiten erleben. Zum Beispiel Connected Digital Signage Café, Lift & Learn, In-Store-Erlebnisse direkt am Point of Sale und Scala Retail Display Solutions. Scala bietet großartige Plattformen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Geschäftsideen zeitgemäß wachsen zu lassen. Aber eins nach dem anderen. Lassen Sie uns erst eine Tasse Kaffee trinken. Die Bestellung von beispielsweise Kaffee ist nun ein Kinderspiel mit der Scala Selbstbedienungsapplikation in unserem Digital Signage Café. Sobald sich Kunden in der Nähe Ihres Cafés oder Restaurants befinden, wird die Beacon Technology Ihre Anwesendheit erkennen und Ihre Gäste können Bestellungen aufgeben, die sofort an den Barista weitergeleitet wird. Sobald der Kaffee fertig ist, werden die Kunden über Ihr Smartphone informiert und das Foto Ihres Gastes wird auf dem Hauptdisplay des Cafés angezeigt. Mmmh, lecker! Mit der brandneuen App können Sie Bestellungen bequem über das Smartphone aufgeben und der Barista wird alles für Sie vorbereiten, bis Sie ankommen und Ihr Getränk genießen können. Lassen Sie uns einen Blick auf eine weitere interessante Scala-Lösung werfen, Lift & Learn. Transformieren Sie Ihr Einkaufserlebnis am Point of Sale mit Scalas Lift & Learn-Lösung, hier im Beispiel mit LG-Handys. Große LCD-Bildschirme werden verwendet, um nicht nur Kunden anzulocken, sondern auch um Ihrer Kundschaft dabei zu helfen, mehr über Ihre Produkte bzw. Ihr Sortiment zu lernen und dieses sofort miteinander vergleichen zu können. Das Lift & Learn-Display ist mit dem Scala Content Management System verbunden, das Händlern erlaubt, Preisänderungen sofort vorzunehmen, indem Sie POS-Daten Ihres Netzwerkes von einem zentralen Ort aus verwenden. Lift Technology wird verwendet, um relevante Produktinformationen auf dem Bildschirm anzuzeigen, wann immer ein Produkt von seinem Platz im Ladenregal entnommen wird, einschließlich Artikel wie zum Beispiel Parfüm-Flakons. Sie können auch mehrere Produkte zum Vergleich auswählen, um die Kaufentscheidung zu erleichtern. Dürfen wir Ihre Aufmerksamkeit nun auf andere Bildschirmlösungen lenken? Jeder Scala-Nutzer, mit dem Sie über diese Lösungen sprechen, wird Ihnen berichten, was für ein grandioser Unterschied hier im Verkaufsprozess spürbar geworden ist. Insgesamt betreibt Scala mehr als 500.000 Bildschirmsysteme weltweit. Scalas Softwarelösungen werden für die digitale Kommunikation genutzt in Unternehmen wie Ikea, Bloomberg, Tommy Hilfiger, Burger King, Virgin Megastores, Disneyland Resort Paris, McDonald's, Warner Brothers, Mercedes-Benz und von vielen weiteren Partnern. Scalas Hauptsitz befindet sich in der Nähe von Philadelphia, Pennsylvania. Mit zahlreichen Tochtergesellschaften in Europa und Asien und mehr als 500 Partnern in über 90 Ländern steigern unsere Lösungen Umsätze, verbessern die Markentreue, optimieren das Kundenerlebnis und stärken Geschäftsprozesse. Wenn Sie mehr über Scala-Lösungen erfahren möchten, zögern Sie nicht. Kontaktieren Sie unsere Scala-Experten. Cariio Image und Eventfilm Produktion